um 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 hallo wieder mal ein paar GDR war so lange her das aufnehmen zumindest ne das ist so leichter er ich auch ich schieß jetzt gesicht was muss ich steig aus und springt dann nach hinten weg wie geil ist das das ist so Reaktion keine Ahnung Bosslike Reaktion Irgendwie schon ne BOOM Leute überfahren und super schlag machen ach meine Fresse jetzt muss ich gleich wo bist du denn hallo Bullen mein Auto steht sofort auf der Seite finde ich geil nach doll ich höre mir hier gerade ich will mir gerade ein Motorrad schnappen warum mach ein Polizeimotorrad die sind neu kannst du angehen also jetzt zumindest im Vergleich zum Hauptspiel ich hab sie im Hauptspiel also ich hab sie im Hauptspiel also nur im ganz normalen GTA 4 noch nicht gesehen keine Ahnung ich wüsste jetzt nicht ob die jetzt Dings ein Patch gemacht haben oder oder sowas ach kommen gleich ja warte ich ich will dieses Motorrad ich glaub ich halte schon mal die Bogen ich glaub ich halte schon mal die Bogen woher ist yippieey warte das ist so cool ich liebe die Stelle hier da kann man solche geile Überschläge machen mach ich gleich mal du 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 und jetzt wooo wooo ja ich fahr hier vor mich hin neo 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 mein Auto ist aber auch dreckig das ist unmöglich so ich versuche hier gerade neo 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 steige ich mal wieder ins Auto rein de 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 batman so istor vice nuevo ha Ach ja, stimmt. Das ist ja geil. Wie kommt ihr auf so eine Idee, Batman Lederlappen zu werden? Ja, in irgendeinem Land muss man Batman ja eben kaputt machen, das ist ja so. Das ist ja gemein, bei solchen eigenen Namen gibt es auch manchmal Kreationen in anderen Ländern, das ist ja komisch. Ja. Ja. Wo dann plötzlich Buchstaben reingeschrieben werden in den Namen, die da gar nicht hingehören. Okay, äh, ja. Ich komm mal zu dir, oder? So. Yay, Willy! Irgendwas schießt mich an. Du. Ich schießt, achso, ich schießt sie nämlich nicht an. Was? Du lebst noch! Das ist die Bollerei. Ah, P90. Warte, ich komm mal zu dir. Ich komm dir auch mal entgegen. Ach, da fahren ganz viele Polizei-Autos, da musst du irgendwo sein. Ja, da werde ich auch grad sicher schießt die Rand. So, einen hab ich schonmal. Wow. Zwei. Warte, hier ein bisschen Action! Boom! Alter Schwede. Wie im Kino. Bei solchen tollen Hollywood-Filmen. Das fühlt sich etwas sehr abwertend. Was hast du denn gegen Hollywood-Filme? Da kommt jetzt ein... Was? Der Polizist ist ein Banshee drin! Okay, ich hab keine Muni mehr. Ja, hab ich auch grad gesehen. Ich hab keine Muni mehr, ich steig aus und... Und meine coole OP-Waffe raus. Äh, da kommt der SWAT. Echt? Ja. Tatsächlich. Warte, da leg ich mal mit meiner Shuttle an. Okay. Okay Flo, schieß mich bitte nicht an. Hau auf. Ey, das war ich nicht. Na, ich bin tot. Äh. Aber... Fängt doch schon mal gut an. Äh... Ich glaube, wir machen... Ich hab... Ich hab Lust wieder so ne coole... Dings. Dings? Verfolgungsjagd? Nein, keine Verfolgungsjagd. So... So Radau auf dem Flughaufen zu machen mit Polizisten. So, ich knall jetzt hier unschuldige Passanten ab. Du Sau. Was haben die armen Passanten dir getan? Das kannst du doch nicht bringen. Sie laufen vor mir weg, weil sie keine... Weil sie nicht mit mir befreundet sein wollen. Oh. Entfübel... Entfübelts hat keine Freunde. Hello Helikopter. Okay, das passiert. Ich möcht mein C4 haben. Ja, beim Flughafen gibt's genug C4. Egal, äh... Machen wir uns mal auf den Weg, Flo. Äh... Würde ich sagen, ja. Flo. Ich bin hinter dir. Ja, hallo. Versuch mal ein Hotbox zu bestellen. Ich mach mir selbst ein. Warte. Ha, 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 ha. Ach, sind wir wieder lustig. Oh ja. Gastank FTW. Ich gastank dich auch gleich. Ich bin eh gleich, glaub ich, davor tot, weil die Polizei mich gleich umbringt. Und der Typ den Schott hier hat... Ah! Geweckt! Nein! Ich rette dir das Leben, indem ich die ganzen Polizei... Ah! Oh, ich wurde ins Knie geschossen. Ja. Ich kann das Blut noch raussprießen sehen. Ja, solange du nicht den ganzen Raum mit Blut füllst... Okay, wie... Ich schnapp mir jetzt einfach ein Auto und fahr auf zum Flughafen. Wo ist der? Welche Rechnung? Okay, einfach eine Umkehr. Ich fahre dich. Ich fahre dich. Ich fahre dich. Ich fahre dich durch den Central Park. Ist das der Central Park? Ich denke, wir waren zum Flughafen. Ja! Ja! Der Central Park liegt in Manhattan, also hier in Algonquin. Algonquin. Und da kommen wir, glaub ich, nicht vorbei. Da war das, glaub ich, so ein kleiner Park. Ja. Habe ich gerade auch noch in der Karte. Ich hab die Karte gebrochen. So, ich hab dich vollkommen verloren. Warte, ich finde, ich hab dich gleich wieder. Ich brauch ne neue Karre. Echt. Break it down. So, wie will ich dein Glück des C4 bringen? Ah, ich will C4. Kannst du ja auch sammeln auf dem Weg hierher. Gib die Karre her. So. Wie ist der Bulldel da hingekommen? Äh, ich weiß es nicht. Ich möchte gerne zu dir kommen, deswegen... Fangen wir zum Flughafen. Wir treffen uns beide dort. Ich bin dabei. Ach, die Bullen verfolgen mich mal wieder. Bin ich ja mittlerweile gewohnt. Danke sehr, Auto, dass du dich wieder richtig rumdrehst. Ne. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Sehr liebenswürdig. Hallo, ihr Banker. Tschüss, ihr Banker. Bam. Alle tot. Na 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 na. So, ich fahre jetzt zum Flughafen. Und da treffen wir uns hoffentlich gleich. Äh, bitte. Jo, werden wir. Gut. Äh, man weiß ja nie. Alter, wie du fährst. Du fährst voll außen rum. Ich bin einfach geradeaus immer weiter gefahren. Aha. So, ich bin gleich da. Ich seh die Flugzeuge schon. Yay. Awesome. Ähm. I can bounce. So, jetzt bin ich gleich da. So, ähm, einmal im Gegenverkehr fahren. Ich schnapp mir mal kurz hier ne Schottie. Ich glaub das ist ne Schottie. Oder ein Granatenwerfer. Armer Motorradfahrer. Ich weiß es nicht. Armer Autofahrer. Armer Polizist. Armer nixer Motorradfahrer. Tut mir leid. Es ist ein Granatenwerfer. Ein Granatenwerfer. Super. Noch ein Polizeiauto zu Schrott gefahren. Und mein eigenes Auto zu Schrott gefahren. Okay, ich versuche die Passanten umzudrehen. Wenn ich bloß welche finden würde. Aber am Flughafen ist es eben die Marker. Ja, wir schnappen uns einfach mal wieder irgendwas Großes, so Hubschraubertechnisches und dann. Machen wir ein bisschen Randalli. Ich hab immer nen Schreifen an, als ich was geschossen hab. Oh yeah, Helicopter. Ah, cool, ne Weste. Ich schnapp mir mal kurz die Weste hier. Okay, das war awesome. Schade, dass du das nicht gesehen hast. Tja. Bei mir läuft eher wenig ab. Warte, ich lauf rum und versuch, Wörter umzudrehen. Okay. Ja, ich komm dir mal, ich komm mal zu dir. Ich schnapp mir mal einen Transportmittel, weil sonst dauert es echt eh zu lange. Ja. Ah, das ist ein Polizist? Kann ich sehen, weil ich selber im Weg bin. Okay. Okay, jetzt hab ich ein paar Polizisten am Hals. Okay. Okay, jetzt hab ich ein paar Polizisten am Hals. Du unterschützt mich? Ja. Ja. Ganz, mit ganz viel Tatendrang. Nein, da kommt jemand mit der Schusskampf. Verpiss dich. Ich versuch... Versuch mich aber nicht abzuschießen. Äh, ich versuch dich auch nicht abzuschießen. Äh, jetzt mal im Ernst. Oh, das war schon fast knapp. Ich weiß, aber ich hab extra noch weggezogen. Ich hätte dich töten können, wenn ich gewollt hätte. Aber da ich nicht wollte... So, okay. Der brennt schon mal. Da ist ein Helikopter über uns. Töte mich mal kurz. Mach ich gleich. Da sind keine Polizisten mehr. Da war einer. Ah ja. Da ist auch noch einer. Ach so, ja. Jetzt ist er tot. Da kommt noch einer. Warte, ich hab eine gute Idee. Ich auch. Scheiße, jetzt kann ich sie nicht mehr anfinden, weil ich auf der anderen Seite stehe. Ich versuch mich mal um die Helis in der Luft zu kümmern, ne? Wenn ich die denn mal finden würde. Da hinten ist einer. Das ist so lustig. Ja, ich bin tot. Ich wollte C4 werfen, nur konnte ich das irgendwie nicht und... Äh. Okay, ich hab den Heli zum Abschluss gebracht. Das ist gut. Schnapp mir hier so. Ja, 12. Soll ich dich abholen sonst? Nee. Du bist schon lange dran. Hier ist ein Dings. Ich will das Risiko auch nicht eingehen, dann stößt mein Heli womöglich noch ab. Okay, so ein Scooter. Was? Äh, da fährt ein Prinzip mit einem ganz normalen Motorrad. Wie geil sieht das aus? Sicherlich. Interessant. Äh, mit dem NRG 900 oder so. Ich fahr grad mit dem Scooter. Awesome. So. Oh yeah. Komm gleich zu dir. Jojo. Ich bin jetzt... Ich flieg hier noch vor mich hin. Verdammt. Ich hab meinen Spaß. Ja. Ach ja. Wie wunderschön ist das. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich hab'n Wheelie gemacht und du kennst... Ey, und... Nein, 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 hör zu, hör zu. Du kennst doch diese, ähm... Weiß-roten Balken hier. Genau, da bin ich vorhin auch mit... Da bin ich vorhin mit'n Fahrzeug rübergeflogen bin. Ja, und ich hab'n Wheelie gemacht und dann hab'n Frontflip dabei gemacht. Okay, nice. Ja, das hab' ich vorhin... Also, ich hab' vorhin halt, ähm... Ich hab' vorhin halt'n Wheelie gemacht mit'n Auto. Äh, also, nehm... Ja, doch, mit'n Auto. So, jetzt können wir hier die Stadt zerstören. Oh, yeah. Lass' in die Innenstadt fliegen. Lass' in der Innenstadt ein bisschen Rambazamba machen mit den Helis und durch die Gassen fliegen. Warte, ich zerstimm' mal erstmal hier die Helis, falls sie was damit machen. Und meine, die fahren hier mit Motorrädern und so. Dann nehme ich bestimmt auch die Helis hin. Eigentlich machen sie das nicht, aber okay. Also, ich bin schon mal auf'n Weg nach New York City. Also... Ja, Liberty City. Die Innenstadt. So, ich hab' mal was von der Stadt vielleicht gemacht. So, und wir beenden mal hier den Part. Bis dann, Leute. Tschüssi. 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 Tschüssi.